willkommen zurück zu einer neuen kuschelig verschmusten folge arg mit einem mann der bedürfnisse hat die nur ich erfüllen kann anscheinend quantum hallo pussi arg sind deine bedürfnisse und ich kann sie befriedigen ne arg befriedigt meine bedürfnisse du hast ja ein mega sixpack wenn du im echten leben nur so eins hättest boah nicht schlecht aber am arsch da kannst du ein bisschen arbeiten ist richtig flach jedes kann würde ein bisschen spielen ach du meinst weil sie so viel sitzen muss noch mehr qualhaftes sitzen meinst du hier so dächer hin machen das ginge mal daneben wäre schön wenn es richtig gesetzt wäre hat sich aufpicken kann nichts machen dass du es aufpicken ne komisch hier geht so hoch aber falsch gesetzt habe ich hier auf das kann ich auf jedenfalls da oben nicht ja das ist jetzt habs das ist jetzt weg immer weg er springt war es halt ich ja klar ja ich mache halt unser heim schön jetzt kommt das wieder wieso ich kümmere mich halt ums heim und so wie jetzt du beschwerst dich doch immer ich habe kein glas hier ja klar in der werkbank ist noch drin wenn hier eine sache nicht uns ausgibt dann zement und kristall also damit können wir uns ja hier unten tot scheißen heilige dich an der verschönerung dann muss ich auch nicht jammern weißt du ich jammer nie ich höre dich nur jammern nee dann verwechselst mich mal mit einem anderen weißt du sind schon 50 drinnen ja ich habe hergestellt alle sind gleich weg es musst du machen und und zack und fertig das ist ja eine mordsaufgabe doch schon aber sieht gut aus einfach gut aus ist jetzt eins weg schießen ich habe mich verklickt jetzt hör mal auf das weg schießen es sieht richtig richtig gut aus glaubt mir ästhetik pur die eule gefällt es fühlt sich glücklich die ist direkt level up geworden vor glück ich gebe noch ein bisschen angriff und wir fliegen jetzt glaube ich in die dungeen höhle hast du gemeint noch wir werden sterben das meine ich in die todes höhle hast du sehr sehr schön ist ein vergnügen dir zuzugucken beim arbeiten ist auch ganz schlecht hier vom drehen und so du hast irgendwie bist anfällig für motion sickness kannst du mit vr spielen das letzte mal schon lange her aber immer noch fünf minuten war mehr habe ich kopfschmerzen 3d film im kino mag ich überhaupt nicht mag ich auch nicht aber viele mögen es ja es gibt ja irgendwie also noch 3d ja leider das mit gachi steht jetzt nur rum ist jetzt auch wieder unnötig und braucht niemand ich weiß ja nicht wozu der kanal oder kann ja irgendwas das ist ja er hat die fähigkeit wertigkeit und sowas irgendwie wandelnde werkbank renten jetzt hin dass dieser erfolgte nämlich bin grad drauf also holz holt er hier schon mal nicht warum hat er dann dieses bau ding aber den sachen ins inventar legen er schuster dir dann daraus irgendwas ich weiß es nicht holi kiten ich weiß auch gar nicht was dir frisst move ein chufe sicher wir haben völlig geschickt zu ist er kann exhale ich hab ihn ja vorne daran jetzt weil man sagt ja das ist irgendwie alternenien Ach du bist im Ach sie hat sieh ich, das wär's Ja, ja, ich bin hier drin, das hab ich doch gemeint Ich hab mich gewundert, dass ich mich drauf gesessen Wo ich bin Voll geil Ja, er kann da Sachen irgendwie Ist ja so ein Sammler, aber er erntet nichts Er erntet nichts Kann man denn vielleicht Produktion Oh, Sand, Öl Rotes, kristalliertes Harz, Feuerstein Seide Kannst du es hier einstellen Produktion Feuerstein Und jetzt geh ich mal auf Wandern oder sowas Verhalten Wir mal wandern Ob er jetzt Feuerstein farmt für uns So, das ein bisschen Und dann müssen wir wieder reinschauen, was er hat Bring mal rüber zum Stein Warte So, geh da mal hin Nee, da Schon mal nix, oder? Nee Er hat das Poli mehr gefressen Er hat das Poli mehr gefressen Was ich ihm ins Inventar gelegt habe Er kaut gerade Poli Was passiert? Hat er gemacht? Irgendwas ausgespuckt Schau Warte, hier liegt was Gacha Kristall Gacha Kristall Gacha Kristall Gacha Kristall Verschiedene Items What? Verbrauchen Oh, ja 102 Ding ist drin Was? Ähm Stein Äh, Feuerstein Was ich jetzt ausgewählt habe Okay, wir müssen ihm anscheinend Sachen ins Inventar legen Und er frisst die dann Ja, weil er Hunger hat Und Ja Verarbeite es dann in Feuerstein zum Beispiel, wenn du es haben willst Okay Warte noch Spend Wo war denn das bei Optionen? Sterilisieren? What the fuck? Warum musst du immer alles sterilisieren? Nein, was heißt hier Wandern aus Wo hast du denn das? Verhalten Wandern Deaktivieren Achso, das macht alles Seide Öl Rotes Ach, das ist egal Any Was ist dann? Er macht von allem irgendwie was? Sand Aber was musst du ihm dann geben? Eben gerade hat er Poli gefressen Ja, aber Jetzt hat er Holz gefressen Kommt dann irgendwas raus? Ach, deswegen Das ist ein Futtertrog hier vorne Der schmatzt da seine Sachen raus Hab ich mal Guck jetzt Ne, hebe es mal auf Den Batzen kurz Was hast du denn gegessen? Holz Ins Inventar Ja Und dann verbrauchen Ich hab Brot des kristallisiertes Harz jetzt Ja, genau das wollte ich haben Siehst du mit dem Idealen Ersatz Für rote Edelsteine machen Aha So kommen wir in die Roten Edelsteine ran Der frisst Rohstoffen Diese Folge an Ja, der frisst einfach Rohstoffe Ich denke, ist voll Voll nützlich Kannst du ihm irgendwas geben? Kannst du dir voll viel Holz reingeben, oder? Anscheinend kannst du ihm alles reingeben Ich hab ihm ihm Holz gegeben Das hat er sich sofort Geschnappt und weggekaut Und ich wahrscheinlich Je mehr das Geschick hoch ist Umso mehr kriegt der raus Ja Gachi, du bist nützlich Du darfst bleiben Du wirst nicht erschossen Das ist das beste Vieh bis jetzt Weil wenn du davon viele hast Kannst du einen Haufen Sachen Nebenbei produzieren lassen Ja Eigentlich voll nützlich Der ist richtig gut, ja Kann man dem irgendwie Liebe geben, oder so? Umarmen, oder gibt's sowas? Sterilisieren Kino exportieren Der ist hier das Gegenteil von Liebe, ja Seide Hatten wir noch nie, oder? Seide? Seide? War das nicht von Spinnen? Nein, das war ein anderes Game, oder? Hm Keine Ahnung, gehen wir mal in die Höhle Voll gut, voll gut Wo ist ein Wo ist ein Flöckchen? Ja, hier Da ist doch Flöckchen Nee Ah ja, hier Ja Also der passt jetzt hier aufs Haus auf Wacht doch nicht wandern Nee, nee, hat er ja nicht Okay Ist ausgeschlossen Jetzt werden wir sterben mit unseren Eulen Weil wir in der Höhle sind Ja, was denn sonst? Unsinn Ja, Unsinn, sagt er Mhm Ich bin Ein Experte für Höhlen Top Die Wette Aber wo waren die Höhle jetzt? Findet ihr nicht mal Das ist keine Höhle jetzt, oder was? Nee, das ist keine Das ist der Durchgang Aber irgendwo hier beim Wasser war die Auch ein Durchgang Dann vielleicht hier in die Richtung Eben irgendwo eine Höhle gesehen Ich bin da so reingeflogen Und dachte mir Ups, das ist ja eine Höhle Ich kenne mich mit Höhlen aus Bei mir Von weiter weg sitzt Das ist schön aus mit dem Glas Nee, du bist zu schnell Ja, Euler Ich weiß nicht, was du für Speed hast mit der Kann man nicht leveln Der Pilot ist einfach nur gut Weißt du? Hä? Ja, ich habe keine Ahnung, wo das war Ich weiß auch nicht, wo du jetzt bist Ich habe sie gefunden Jetzt ruhig dich ab Komm zur Basis Dass ich ein Püppchen daraus bauen kann Und ihn kehren kann mit Guck, das ist ja hier eine Höhle Oh, hier geht's böse zur Sache Oh Gott, nee Guck mal, dass hier unten schon rumsteht Ja, weil die Höhle ja immer wieder zurückgesetzt wird Was ist denn das hier? Was hat man das? Wie, wo? Immer so gewesen Guck mal, die sind alle im Schlaf Ich habe einen Lag Bei mir steht das Bild Ich weiß nicht, was passiert ist Okay, ich warte Liegt auf jeden Fall sehr hoch Weil die Geiern da unten schon alle Du weißt, wie schlimm es damals war mit uns Und Drachen, ne? Kannst du dich noch erinnern? Als wir in diesen Höhlen fast verreckt sind? Ich bin doch immer irgendwo verreckt Ja, gut Aber guck dir das mal an Was da alles rumlungert Und wir wissen, irgendwann Ist vorbei Aber die bewegen sich gar nicht Ja, bis sie sich bewegen und dann Dann ist vorbei Alle jetzt in so einer Schockstarre Oh, nee Ich glaube, da geht's ins Wasser unten rein Ach, du heilige Oh, nein Jetzt kommt das alles wieder hoch, die Erinnerung Oh Gott, dann fliegen sie alle von den Dingen runter Oh mein Gott, guck mal, guck mal Hier fliegen sie von den... Ja, ja, ja Hier auch irgendwelche Viecher, Insekten so Außenfüßler oder was soll das sein? Der einzige Grund, warum wir jetzt noch leben ist Ist, dass da irgendwas komisch ist gerade Ablenkung Aber die ist schön, die Höhle, ne? Da ist eine Höhle, ne? Ja, aber ist doch stylisch aus, hier so Dem Abfluss Ist schon richtig Ja, ja Also wenn man da einmal elegant reinfliegen könnte Sich das Item nehmen könnte Und wieder gehen könnte Wäre es für mich eine tolle Höhle Ja Oh, was hier los ist Oh, hier wird's aber schon enger Ich hab Angst, dass ich nach oben springen und stoppen Ist da nicht die Gano, so? Irgendwann durch, drin Oh, der lebt unter uns Oh Gott Den Gano, so da vorne Das ist ein Riesenvieh, siehst du es nicht? Was da im Feld steckt Oder ist ein T-Rex? Oh shit Ist doch kein gewöhnlicher T-Rex, oder? Der ist so riesig Also es geht ja noch weiter Also mit Viechern so einem Rex da durchlaufen? Ne Boah Ist aber schon beeindruckend aus, du Beleuchtet und so Schöne Farben Ja Also wenn wir da wirklich komplett durchfliegen können Dann wär's ne tolle Höhle Wow Holy shit Ach du heilige Scheiße Der ganze Boden ist voll mit T-Rex und Boah, da kommst du nicht nochmal Ey, selbst wenn wir mit einem Das kriegen wir doch nicht hin Und da unten ist das Item Da müssen wir irgendwas machen, beschwören Da müssen wir landen Ich schau dir das an Alter, niemals Da müssen wir landen Da müssen wir landen Wie beschwören Ist das hier das Endding? Nee Nee Eigentlich nur ein Artefakt Ja, da müssen wir wieder irgendwas machen Ich dachte, wir brauchen nur ein Artefakt Und irgendwo ist das große Endding, oder? Was ist das hier das große Endding? Ich weiß es nicht Es gibt ja mehrere diesmal Es gibt ja mehrere Titanen Ich glaube, mit jedem Biom kann man glaube ich Einen Titanen holen Bin mir aber nicht sicher Ja, also Ich weiß es nicht 100% Aber hier ist es auf jeden Fall voll Warte Oh Gott Komm mal ab Okay, hier kann man aber nichts rausnehmen Wahrscheinlich muss man hier was reinlegen Es sind ja unendlich viele Das ist Das schaffst du nie Nee Nee Was brauchst du denn da für ein Vieh? Bitteschön Tarn Oder ein Roboter oder irgend sowas Super Roboter Du wirst wahrscheinlich wieder irgendwas ausnehmen Ich habe das Artefakt des Wachstums Was? Ist nicht Hier oben war ein Artefakt Ist ja eine tolle Höhle Artefakt Ich habe hier unten Gefunden im Waldbiom Okay Hier das ist das Waldbiom Aber Ah, da ist es wieder Ich glaube, ich nehme es auch mal Oh, Applaus Ich will hier Ibi weit runter Artefakt des Wachstums Ja, müssen wir jetzt da vorne reinstecken Oder komme ich doch niemals runter Nee, das kannst du knicken Da vorne würde ich nicht ran Wenn du sie ablängst Glaubst du, da kann ich einmal kurz ran Nee, ne Ich bin tot Nee, das würde ich nicht riskieren Stapeln sich ja regelrecht hier Die ist Ganz, ganz schlimm Da muss ja stehen Was man da Aber hier muss man auf jeden Fall Irgendwas reinstecken Ah Nein, Quantum Ich bin blind Nimm den Vogel mit Nimm den Vogel mit Ich versuch's, aber er reagiert nicht Schneeflocke, er reagiert nicht jetzt Komm schon, Schneeflocke Nee Ich pfeif sie passiv Ich hab sie Ich hab sie Ich hab sie Sie blutet zwar wie Sau Aber ich hab sie Okay Wo ist das Artefakt? Ich hab das Artefakt, ja Und ich hab den Vogel Der ist Ich bin ja gelandet Ja, weil da so ein komischer Dachs war Und die werfen die sofort runter Der ist aus dem Boden dann rausgespawnt Ja, ja, ja Wie klein Den sag ich ja Ich bin jetzt auf Passiv Und er folgt mir Und ich weiß nicht Ob ich ihn durch die Verengung Dadurch bekomme Oder dass sich Jemand ihn schnappt Da ist es nochmal knackig Shit Das wird ein Elend Da reinzugehen Wie willst du denn da jemals Brauchen Ultrafiecher Ja, aber selbst mit Ich hab wie viele da drin Selbst wenn da Da greifen sich ja 10, 20 Diese Dinge an Auf einmal Ich hab sie nicht mal Ein Ultrafiech Naja, die Eule hat ja jetzt Eben auch überlebt Ja Weil du sie weggezogen hast Ja, aber auch nicht gleich Die hat da gut kassiert Also die stand da locker 30 Sekunden Und da waren die Auf einmal 1000 Also das ist ja Die haben sich ja Blitz vermehrt Komme ich nicht wieder raus Ist ja voll das Labyrinth Ja, die Drachen sind es schon mal nicht Weil die Drachen sind nicht so stark Nee Geh ich mit meinem Gacha rein Nee Das Vieh ist total robust Hast du mal gesehen Wie das austeilt Du, es sind einfach zu viele Die Menge macht Erstmal bis du dorthin kommst Du musst erstmal überleben Die haben sich Wir sind jetzt geflogen Wir waren ja nicht am Boden Wenn da Wenn da die Eule ist Bist jetzt das stärkste Was wir haben Was gibt Da greifen die Das schaffst du doch nicht Allein wenn der Ausdauer Und alles Mit dem Viechchen Raketenwerfer Mit 10 Rexen Irgendwo wieder Campen Und Dann sagen wir Rex 1 verloren Rex 2 verloren Aber wir sollen das hier ablaufen Oder wir nehmen Raketenwerfer Oder wir nehmen den Vogel Mit einer Gatling oben drauf Und du Ballerst alles weg Jetzt weißt du auch Wo die ganzen Viecher In dem Biom sind Das nehme ich alle Genau hier unten Die Nolle hier drin Und 15 Millionen Schuss dafür Ja Oder Flammenwerfer Oder sowas Das brennt durch Oh mein Hast du eine bessere Idee? Nee Irgendwas Du musst ganz harte Geschütze auffallen Gott sei Dank Hab ich Flöckchen gerettet Die spawnen doch Diese Titanen Aber dann kriegen wir Da nicht durch Diese Riesenviecher Ja Das passt nicht rein Hier Die Höhle war schon Gigantisch Aber da gibt es So eine Verengung Und da ist ein Schloss Aber die Titanen Sind doch viel zu groß Ja Wo ist denn jetzt Unser Zuhause Oh da hinten Ja Es wird Ekelhaft Das steht schon mal fest Richtig ekelhaft Da durchzukommen Erstmal wieder mal Ausrüstung basteln Aber wir haben ein Artefakt Ja Das war Besonderlich schwer Hätte halt nur nicht landen dürfen Aber hey Wo stecken wir das denn rein Haben wir irgendwie Artefaktkiste Nee Hier Ich dropp's dir Das ist Ja was soll ich damit Keine Ahnung Du bist jetzt der Schatzmeister Ich wollte dann Irgendwann in den Schrank rein Halt Erstmal Hier drin wird ja wohl nichts passieren Biber brechen Nein Randalieren Und nehmen alles mit Ja also Jetzt fängt der da oben Läuft's jetzt mit ihm Hier Hat der schon irgendwas gefressen Ja Da muss man halt dabei sein Ah Komm mal Hier liegt's Dann konsumieren Jetzt hab ich Seide Ja denn jetzt Ach er frisst schon wieder Ja er hat sich aber noch hingesetzt Ja er frisst ja War schon irgendwie butzig Schon absolut Jetzt kotet er Süß Oder Normalerweise muss jetzt was kommen Er hat doch gefressen Das dauert die Verdauung Hallo Das ist ein riesen Tier Das muss erstmal durchrutschen Oder wie Ja Wir haben das erste Artefakt Ja Müssen wir uns mal informieren Wie das alles funktioniert Und brauchen halt Tiere Ja und das nächste Biom jetzt entdecken Mit 40.000 Leben Naja In dem Biom sind wir ja noch nicht fertig Oder gibt's nicht noch Okay Nein aber Für unsere Reisestationen und so Ja Was willst du denn jetzt hier machen Ja Können wir das nächste Biom jetzt entdecken Und hat ne kleine Basis Und dann haben wir schon mal hier Eine kleine Basis Ja Ja doch Die ist echt bescheiden Ja weil du immer diese Dino-Doran Dann würdest du das immer optisch so hoch anpassen Ja weil's einfach cool aussieht Aber auch echt irgendwie Aber auch echt Echt ey Ja jetzt komm ich schwör alter Das sieht voll cool aus Ey Alter schwör alter Voll gut ey Ja ich brauche jetzt erstmal wieder meine ganzen Sachen Die ich nicht hab Muss ich wieder herstellen Alter Ja aber dann Aber jetzt gibt's ja erstmal wieder arg Ruhestand bei dir ne Ruhestand LP Was Ruhestand LP Siehst du hier dass wir wieder zurück in die Gruft dachte ich für heute Sondern nicht Ja Ja gut danke fürs Zusehen Ich bin auf die Zeitungen Er hat zwar ein Bett aber er hat sich immer nicht dran gewöhnt Und den Komfort Schleppt immer noch in der Badewanne mit den Zeitungen Ich kann den Luchsen Badewanne Du bist witzig Gut dein komisches Plastik Wann Ding was du ja gekauft hast Wo deine Füße und deine Achse sind Meine Füße halte ich in den Topf rein und so ein bisschen So ein Kübel Da wasche ich mich rein Regenbottisch oder was Ja toll Du bist in der Nacht immer schnell nackt rauslaufen und mich einzeichen Ja 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 Gut Ja alles klar Bis zum Phantom aus Österreich nannte man dich früher ne Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss